Ehrlich gesagt, hab ich schon Schlimmeres gesehen. Anthony Green, wo ist mein Vater? Als ich ihn das letzte Mal gesehen habe, lag er in einer Blutlache. Du bist ein Lübner. Ich gehe davon aus, dass du den Mann kennst, den ich suche. Nein? Nun, wenn du nicht weißt, wo er ist, weiß Banshee das vielleicht. Du! Ich! Kräne! Du hast einen Schlag drauf wie ein kleines Schuhmädchen. Ich wollte noch was mit dir bereden. Wie hast du mich gefunden? Anthony Green hat's auf dich abgesehen und ich werde ihn dieses Mal nicht davon kommen lassen. Kommt jemand hierher? Ja. Sie muss unbedingt die Warte fahren. Hast du einen Plan? Ich arbeite dran. Ich will den Mistker lebend, gesund und munter. Sie sind hier. Hol deine Waffe. Ich kann die Vergangenheit nicht ändern. Ich zerquetsche dich. Was? Der Kerl war mein Job. Zeit für ein Spielchen. Die Tür geht gleich auf. Bist du bereit? Darauf kannst du einen lassen. Na, wie geht's? Nicht so gut! Im Grunde wissen wir beide doch genau, wie das hier ausgehen wird. Ich weiß es. So ist's gut. Ich weiß es. Ich weiß es. Tschüss. Wir haben das hier.